Oh, ja, das ist ScanLab. Als ich hier für den ersten Mal sagte, habe ich Herrn Hoffner gesagt, das muss sich zeigen. Öffne die Türkei und bezeichne deine unglaublichen Manufakturing-Facilitäten. Für mich persönlich steht ScanLab für die deutsche Qualität. Der Impuls für diesen Film kam tatsächlich von Herrn Czajn. ScanLab steht für Innovationen in der Lasertechnik. Deswegen beschäftigen wir uns lieber mit der Lösung technischer Fragen als groß über uns zu reden. Unsere Scan-Systeme lenken und positionieren den Laserstrahl über kleine Spiegel so genau, dass damit geschnitten, geschweißt oder beschriftet werden kann. Erst durch unsere Komponenten wird der Laser zum präzisen Hightech-Werkzeug. Und this is what our company needs. Widest range of products and highest quality. Plus a partner at eye level who understands our needs and a sales team which is expert and, you know, mathematical in approach. I do hope we can fulfill your expectations. And that's why I'm here, Mr. Hoffner. And this has been done with your scanner. How do your first steps look like in R&D? Let's go see. I'm happy to show you around. Bei ScanLab entwickeln wir alles von Grund auf selbst und in enger Abstimmung mit der Fertigung. Wir stehen hier nicht unter dem Druck, nur schnell und billig produzieren zu müssen. Denn wir schaffen Innovationen, keine Imitationen. In der Fertigung sind Schutz und technische Sauberkeit besonders wichtig. Qualität ist bei uns Anspruch und Verpflichtung. This is part of my understanding of Made in Germany. Häufig sind die Liefertermine ganz schön eng. Aber wir sind ja ein eingespieltes Team. Wir kriegen das hin. Nur die Qualität hat immer Vorrang. An unseren Bauteilen darf nicht der kleinste Makel sein. Da braucht man ein gutes Gespür für Genauigkeit. Mir macht es Spaß. Der Galvo dreht sich schon seit 10 Jahren. Für unsere Kunden ist es absolut wichtig, dass all unsere Komponenten über Jahre zuverlässig laufen. Und hier finden wir es raus. Bei uns wird nichts im Zufall überlassen. Jedes System durchläuft unseren Dauertest. Erst dann gibt es das ScanCheck Etikett. Und für unsere Kunden ist es ein zuverlässiger Qualitätsnachweis. Bis hin zum Versand behandeln wir unsere Produkte wie mit Samtanschuhen. Bei unseren Kunden müssen sie dann beweisen, was wir versprechen. So, you make lasers like sabers. So, you make lasers like sabers.